Naja, am Ende bringen sie dich um. Naka, müsste im Auto sein. Ja, kann ich jetzt nicht während der Fahrt. Ach doch, kann ich, oder? Oder kann man das? Ne, ne? Nö. Ah, D-Sync! Oh! 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 Das ist kein D-Sync, das ist Glitching. Hä? Fährt der jetzt weiter quer über die... Ne, doch! Ne, jetzt wurde ich gerade zurück teleportiert. Da steht ein Truck! Da steht ein Truck! Können wir da mal kurz anhalten bei dem Truck? Wenn der funktioniert, dann haben wir unsere eigene Karte. Ne, da fehlt ein Rad. Da fehlt ein Rad. Der hat ein Rad ab. Die haben ein Rad hinten drin. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Da fehlen zwei. Da fehlen zwei. Da fehlen zwei. Gucken wir mal, was wir drin haben. Und? Na, wir haben nur eins. Äh. Okay, da hinten rein. Aber Munition. Natürlich zocke ich, ähm... Ne, nicht. Ih! Was ist mit deinen Augen los, Alter? Mit meinen Augen? Was soll damit los sein? Ich geh! Ich mach Screenshots, Alter. Du hast voll die fetten schwarzen Popel in den Augen. Bitte? Bitte? Schau mich nochmal an, bitte. Alter, ist das widerlich. Du hast auch schwarze Popel-Augen. Wie macht man ein Screenshot, während man aufnimmt, Alter? Ja, ich mach's mit Fraps. Ach, scheiß Fraps-Amateur. Ich hab keine Ahnung, wie es mit Dix-Jobby geht. Ist das widerlich, Alter. Ich schau dich nimmer an. Du bist ja so hässlich. Ähm, wo fahren die hin? Das darfst du mit deiner blauen, hier, Wasserfarb angemalten Fresse. Das ist ein Permanent-Tattoo. Das ist Henna. Henna Montana ist das höchstens. Die fahren jetzt ein Ami abholen. Das ist ein Kumpel von denen. Wo ist der Ami? Amerikaner, where are you? Ist der Amerikaner? Viva Espanol! Da hinten läuft er doch. Wo? Da links, oder? Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Bearscht! Da ist er? Da ist er! Wo? Keine Ahnung. Come to us, American-Friend. Hallo! I'm Rajet. Hello, my name is Ramte Bambarapatea. Bambariche, was? Bambarapatea, das ist mein Nachname. Was willst du von mir? Get in our car, friend. La, 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 la. Wir verstehen ja nicht. Oh, hello, old man. Old American. What's going on? Hello, my name is Rajet. Is it now better? Is it now better? Ja. Warum nicht? Ich verstehe kein Wort. Was sagt er denn? Wenn wir eine Ausrüstung haben wollen. Ja. Wohin fahren? Ach so. Ja gut, das können wir machen. Was denn? Wenn wir ein Video machen, dass wir das ausmachen, wenn wir zu dem Camp fahren. Ach so. Okay. Oder warte mal. Die wissen ja den Server gar nicht, oder? Jetzt brechen wir erstmal wieder durch und gucken, dass wir nicht abgeknallt werden. Ja, aber das sollten wir trotzdem machen, oder? Ja. Sagt einfach, wann wir unterbrechen sollen, bitte. Ja, genau. Sag mal kurz vorher Bescheid, bitte. Okay. Aber den einen Idioten habe ich eben überfahren, ne? Was? Wo denn? Wo denn? Habe ich gar nicht gesehen. An der Brücke, der die auf uns geschossen haben. Ach so, den. Den hast du überfahren? Warum? What the fuck, Alter? Jo, da waren zwei Leute. Da waren zwei Leute. Der eine hat ja noch auf uns geschossen. Ja, aber vielleicht hatten die Familie. Ihr könnt doch nicht einfach schießen. Ich bin echauffiert. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja die Familie selber schuld, wenn sie den Männern noch Waffen kaufen. Ich verstehe nicht, warum wir die auf einmal hören, die Jungs. Ja, ich habe jetzt meinen Von-Lauter gemacht. Ich habe da nichts verändert. Alter, diese Deezings. Hey, American Friends. Hey, American Friends. Why are you so quiet? You're so quiet. Why don't you talk with me? Alter, bist du nervig. Look at my halls. It's amazing. The green hornet. Come on, the green hornet. How is it going? Alter Schwede. Was? Ich weiß auch nicht, er ist voll leise. Ach so, das Auto war zu laut. Er konnte dich nicht hören. Okay, bro. Okay, bro. I've done it. How is it going in America? Is it warm in America? No, it's still cold. Oh, that sucks, man. I don't like the cold shit. Oh my God. Hat es noch Spaß, sich mit Amerikanern zu wohnen. Was sagt er? Where are we going? Yeah. I feel like they're gonna drop me off in the middle of nowhere and then shoot at me. Scared. We're going to dig a hole for you. We're going to San Francisco. Let's go. No, we're going to dig a hole for you because we want to talk to you. Ja, dein Wort. Und wir wollen... Ähm... Ähm... Wir wollen die Jo. Mir fällt nicht mehr das Vokabular ein, deswegen hab ich aufgehört. Aber anscheinend amüsiert sie. Ja. Oh, das ist besser als sterben, I guess. Das ist besser als sterben, Bro. And another one bites the dust, everybody was kind of fighting. Ähm... Ja, nützliches kann ich grad gar nicht sagen. Außer links, dass da ne große Stadt ist. Mir kann... Ich kann auch nicht. Also, uns ist nicht mehr zu helfen hier, ne? Und bis jetzt hat auch noch keiner... Also, ich denk wir nähern uns dem Camp, aber bis jetzt hat noch keiner gesagt, du unterbrechst die Aufnahme. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit das noch weg ist. Ey, ich hab gerade ne bessere Idee. Ihr könnt euch erst mal ne Zelt ausrüsten, das wir eben gefunden haben. Okay. Die vertrauen uns nicht. Wir können uns am Zelt ausrüsten, was die... Alter, wie geil. Was die grad eben so gefunden haben. Okay. Okay. Also, die vertrauen uns nicht. Wollen wir die Aufnahme unterbrechen oder brechen oder brechen? Nein! Nö, nö, mach mal weiter. Ist ja nicht mein Camp. Alles gut. Alles gut. Von daher, das gehört der Öffentlichkeit. Allgemeines Gemeingut, das gefällt mir. Allgemeines Gemeingut? War das richtig? Ey, das ist so geil. Auf deinen Mund zu, wenn du sprichst. Die Zelte sind hier eh ein bisschen buggy. Ähm, nach nem Sower Restart sind alle Sachen wieder drin. Oh, saugeil. Oder schlecht Bug-Using. Kein Bug-Using für mich. Dein Mund. Ja, das ist mehr oder weniger gut, weil du kannst halt eben nach nem Sower Restart auf keine Sachen mehr rein tun, weil er speichert sozusagen den Zustand nach dem ersten Sower Restart. Ah, okay. Und die Sachen werden halt nicht mehr danach gespeichert. Das Kopftuch redet mit mir. Ja, dann antworte ihm mal. Ja, dann antworte ihm mal. Deine Augen sind so creepy, Alter. Hör auf mich anzugucken. Lalalala. Ich schau mich um. Lalalalalala. Alter. Merkwürdige Augen. Du mit deinen dicken schwarzen Club-Spellen da. Ey, ich hab das Gefühl, dass der Greis neben dir jede Sekunde altert. Ja, der schaut so, der schaut aus dem Fenster raus so, ach, früher war alles besser. Ja. Früher, als ich noch jung war, bin ich selber gefahren. Oh mein Gott, ey. Jetzt guckt er mich an, der Alte. Schau mich noch mal an. Schau mich noch mal an. Alter, wie das aussieht. Du müsstest so herschauen und dann schau ich so peinlich berührt weg. War runter. Was? Runter? Hä? Was? Was geht hier vor? Alter, wir fahren hier auf so'n Berg. Was zum? Geronimo! Vollgas! Vollgas! Boah, Alter, wir fahren jetzt nicht so weg. Ohhhh. 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 Fuck. Wir werden da mega rein, da mega reingebrettet. Nein, du. Nein, du auch. Gibst du. Nein, nur du. Oh Gott, oh Gott. Wir werden da fast. Ihr werdet alle sterben,LAA If you are going to die. Nooo! Nooo! Mami! Noo! Hier bin ich vorher runtergerannt. We're gonna get stuck in the tree. Hä? Sollen wir jetzt hier raus? Ja, anscheinend. Ich geh mal raus. Ich bin draußen. Unten beim was fürm Stein, das Auto glitscht gleich den Berg runter. Wohin lösen wir? Leute, das Auto, das bewegt sich den Berg runter, oder? Hallo. Hallo. Folgt uns. Hallo. Irgendeiner. Hallo. 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 Alter, ich hab Angst mir die Beine hinzubrechen. Hallo. Ah, Gott. Ah. Drugs. Alle stürzen sich drauf wie die Geier. Alter, was da alles drin ist. Ich kann das überhaupt nicht looten. Ich nehm mal die M8 und so viel Muni, Alter. Fuck, ich kann das nicht looten, den Scheiß. Fuck, ich kann den Scheiß nicht looten, verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Du musst von der Vorderseite drangehen. Alter, ich nehm mir die Map, ich nehm mir das Fernglas. Ich weiß, ich spiel seit sieben Monaten, Daisy. Dann nehm ich mir das Essen noch. War ein Scherz, ich weiß es natürlich nicht. Was kann ich haben? Was kann ich haben? Alter, ich komm da nicht. So, ich hab mich voll gemacht. Okay, ich hab genug. Vielen Dank. Sau geil. Komm da nicht dran. Ich freu mich wie ein Schnitzel. Alter, ich komm da wirklich nicht dran. Ich hab noch drei Mann im Militärcamp. Oh, okay. Dann schau ich da mal besser runter. Nicht, dass da jemand kommt. Das ist der Grund, wieso ich Bandit bin. Jaja, sagen sie alle. Die Leichen müssen auch noch da sein. Ah, endlich. Ich seh jetzt keine. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Oh, nice shit. Ich hab mir mal die M8 geschnappt. Warum geht der Amerikaner in mich rein? Er will in dich. Er will dich. Er will dich. Halt die Schnauz. Er will dich halt fühlen. So, ich ess jetzt erstmal meine ganzen Dosen auf. Oh ja, Essen. Gute Idee. Also an alle Zuschauer. Das ist jetzt eine anonyme Spende. Aber wir bedanken uns bei dem anonymen Spender. Ja, auch von mir. Vielen Dank an den Spender für diesen tollen Zeltinhalt. Ich bedanke mich auch vielmals an den To-Do Samenspender. Sonst wär To-Do heute nicht da. Ich bin gezüchtet worden, Grantlbart. Hat nichts mit züchtigen zu tun. Das, was du sonst so praktizierst. Bloß, weil du aus dem Ei geschlüpft bist. Lalalalalala. Also unten in dem Militärcamp sehe ich keinen. Ähm. Komm mal zu meinem Zelt. Zu meinem Zelt. Und da könnte euch jeder nochmal einen großen Rucksack oder halbwegs großen Rucksack rausnehmen. Also warum seid ihr so spendabel? Also auch von mir vielen, vielen, vielen Dank. Das ist das beste Loop, was ich jemals hatte. Nein, aber echt geil. 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 Sehr spendable. Jungs. Sollen wir jetzt wieder zum Auto oder was? Ich hab jetzt auch eine Sniper. Warum haben wir uns die Sniper genommen? Das war eigentlich nicht klug, oder? Was? Wir haben uns ja beide jetzt eine Sniper genommen. Nö, ich hab keine Sniper. Ich hab ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr. M8? Ja. Achso, ich dachte, das wäre eine Sniper. Deine Mutter ist eine Sniper. Weil das Zielfernrohr macht mich nervös. Hey, seid alle schon weg? Sind die schon beim Auto alle? Nein. 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 Hallo, wo seid ihr? Fahrt. Nein. Halt die Fresse, Arschloch. Nein. Nein. Hallo, nein. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Friendly. Hallo. Friendly. Hallo. Dankeschön. Ich glaube, da fehlt noch einer, oder? Alter, ich bin eingestiegen und der alte Mann guckt mich mit großen Augen an. Nicht verdanken, die Taxirechnung kommt. Alles an Grantlbart, bitte. Der ist der Finanzstarke. Grantlbert. Grantlmöschen wäre das lieber gewesen. So, jetzt habe ich endlich eine Möp. Die habe ich mir nämlich auch aus dem Zelt geklaut. Wohin gehen wir jetzt? Oh mein Gott. Der eins hat das hier gegeben. Der starrende Opa. Der ist... Sit in my lap, let me tell you a story. Er möchte dir eine Rentner-Story. Ja, schau mir nicht an mit deinem Opa-Glubsaugen. You can, you can. You're missing your teeth, my friend. Don't look at me. Was? Ich verstehe kein Wort. Oh, Video ausmachen. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Machst du aus? Ja, mach mal aus. Bis gleich, Leute. Gerade Leute? Ja, ja. Also... Dann mal weiter diskutieren. Was machen? Ja, sag mal was, sag mal was. Keine Ahnung. Mir wäre das zu chaotisch. Also mir persönlich wäre es zu chaotisch leider. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht schießen. Okay. Es ist gar nicht böse gemeint oder so. Das Problemchen ist halt... Es ist zu chaotisch für ein Let's Play und wir kommentieren das ja so auf unsere Art. Und wenn Abonnenten dazu schauen und sowas alles, dann wollen die hinterher auch, dass wir auf deren TS kommen. Wenn wir da einmal eine Ausdrehnahme machen, dann können wir das... Es geht nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht... Können wir nicht machen. Das ist kein Problem. Wie gesagt, das war nur ein Vorschlag. Ich weiß nicht, wie ihr das hat. Jetzt weiß ich, das ist ja in Ordnung. Also wir folgen euch einfach und... Und helfen euch. Und helfen euch. Machen wir uns in Yui fertig. Ui. Ja, gute Idee. Gute Idee. Alter, du... Alter Schwede. Ich hab voll Angst, Alter. Ähm, Baum kaputt fahren und Yui einpacken. Läuft deine Aufnahme wieder? Ja. Meine auch.